1, 2, 3, 4 Kevin Alleine Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Es gibt ja viele Menschen in den sozialen Medien, die posten einfach nach Lust und Laune. Ich persönlich zähle mich dazu, ich poste, was mir gefällt, ich poste, was ich gerade sehe, poste manchmal auch, was ich gerade mache. Nein, ich poste jetzt nicht mein Essen auf LinkedIn, auch nicht auf Instagram, ich finde das irgendwie bekloppt, aber es gibt halt Leute, die machen das einfach. Und es gibt Menschen, die, und ich sehe das speziell auf LinkedIn, die sich einfach positionieren, die sich zu einem Thema positionieren, die sich zu einer Persönlichkeit positionieren, die sich zu einem Verhalten positionieren. Und da kam mir die Frage auf, wie positioniert man sich überhaupt, muss man sich denn positionieren und was ist überhaupt an für sich eine Positionierung? Darum geht es heute im Podcast, aber ich rede nicht alleine darüber, sondern ich habe mir selbstverständlich wieder eine Expertin ins virtuelle Studio geladen. Und zwar ist bei mir zugeschaltet Julia Reuter vom Buch Positioniere Dich, ein sehr, sehr schönes Buch. Du bist Autorin, aber stell dich auch vorher gern erstmal vor. Ja, hallo Kevin, vielen herzlichen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und mit dir, ja, über das Thema Positionierung sprechen darf. Und gerne stelle ich mich ganz kurz vor, ich bin Julia Reuter, Gründerin von Herzblut Digital und unterwegs mit den Themen, ja, wie es schon sagt, Positionierung und Content Marketing für Marken. Und ja, das sind meine Themen, darüber rede ich super gern und heute bin ich hier, um das mit dir zu tun. Jetzt aber die allererste Frage erstmal im Vorfeld. Ich habe mir ja dein Buch bestellt und normalerweise ist ja ein Buch für mich so, entweder hast du Hardcover, Softcover oder was auch immer. Du hast einfach ein Ringbuch. Wie bist du denn darauf gekommen? Ja, immer anders als die anderen. Nein, Quatsch. Ringbuch ist deswegen, weil du in diesem Buch auch reinkritzeln kannst. Es ist nämlich ein sogenanntes Workbook oder Praxisguide genannt, Ratgeber, sage ich mal. Und das wäre mit einem, ich habe das auch ausprobiert, wirklich in der Tat, mit gebunden, aber ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, dieser Frust, wenn das Buch immer wieder zufällt, das wollte ich den Lesern ersparen. Und deswegen ist es dieses Ringbuch geworden, genau. Das ist aber auch nicht schlecht, das ist mal was ganz anderes. Also das fällt in meinem Bücherregal, es fällt auf, ne? Hat keinen Rücken, ne? Nee, nee, es hat keinen Rücken, es hat so runde, naja, Ringbuch halt. Kennt man ja so vom College-Blog. Genau. Wer jetzt nicht weiß, was ein Ringbuch ist, es ist ein College-Blog. Genau, du kannst es einfach offen aufgeschlagen, liegen lassen, umschlagen und wie gesagt, dieser Aspekt drin schreiben. Ja, das ist einfach, da ist es Ringbuch Nummer eins, Wahl Nummer eins, finde ich. Da muss ich mich nur selber überwinden, weil ich habe es schon in anderen Podcast-Folgen gesagt, ich hasse es ja, in Bücher reinzukritzeln, ne? Das ist für mich immer so, jeder Buchstabe, den ich da reinkritzel, das tut mir schon irgendwo weh. Weiß nicht wieso, aber da muss man sich echt überwinden. Aber ich habe viele Workbooks jetzt mittlerweile zu Hause. Da muss ich einfach nochmal mitspielen. Aber fangen wir doch mal an und steigen ins Thema ein. Positionierung. Warum ist denn Positionierung eigentlich so wichtig? Aber wenn wir nochmal einen Schritt davor gehen, was ist überhaupt Positionierung? Positionierung ist das Vorhaben, sich selbst oder das Unternehmen an einem spezifischen Markt auf eine gewisse Stellung zu bringen. Um in den Köpfen der Zielgruppen eine Resonanz zu erzeugen, beziehungsweise schnell zu verknüpfen, wofür man steht, was es bei einem gibt, welche Lösungen man anbietet und Co. Und damit auch das Ziel, sich vom Wettbewerb abzuheben und so eine Art Alleinstellung oder Einzigartigkeit herauszuarbeiten. Das ist dann quasi wirklich die Positionierung? Genau, also die Positionierung ist diese Position, die du in diesem Markt umfällst. Also zuerst musst du bestimmen, auf welchem Markt du dich befindest. Also sage ich mal, der relevante Markt, was sind die Marktteilnehmer, wie groß ist der Markt? Ist es örtlich, sachlich abgegrenzt? Und da kannst du dann letztendlich sagen, ich stehe für, das ist meine Position und das am besten anhand dessen, was für die Zielgruppe relevant ist. Du kannst natürlich sagen, ich stehe für Qualität, aber wenn das der Zielgruppe bei der Kaufentscheidung überhaupt keine Rolle spielt, wäre das keine so gut gewählte Positionierung. Dann hättest du vielleicht eine Alleinstellung, aber wäre es unrelevant. Ich assoziiere das jetzt mal, weil so verstehe ich es besser. Es gibt, und ich muss es jetzt ja einfach mal sagen, weil ich bin ja jetzt seit anderthalb Jahren Vater und deswegen kommt mir das ja auch immer öfter irgendwie in die Werbung reingespült. Es gibt ja immer noch den Klaus Hipp und der sagt ja immer, dafür stehe ich mit meinem Namen. Und das ist ja dann auch so eine Positionierung dann von Hipp. Die stehen dann für Natürlichkeit, Nachhaltigkeit, keine künstlichen Aromen, sondern nur naturgebunden und keine extra Zuckerzusätze und bla und alles gesund und hast du nicht gesehen. Das ist dann quasi wirklich dann so eine Positionierung in dem Segment Kinderessen oder Kinderernährung. Und da stehen die dann wirklich für Qualität, Nachhaltigkeit etc. pp. Das ist dann quasi deren Fokus, deren Positionierung. So kann man es dann runterbrechen. Absolut. Und in dem Fall sind sie positioniert, weil du das so schon wiedergeben kannst. Das heißt, du hast das durch die Kommunikation gelernt, wofür sie stehen, durch die Bildsprache, durch die Werbung, die geschaltet wurde, durch die permanent konstant gleiche Aussage, durch diese Person als Mensch, der dir nochmal mit dem Statement diesen Nachdruck verleiht. Und dadurch ist halt diese Positionierung dann auch wirksam geworden. Weil das eine ist ja, was wir uns vielleicht selber ausdenken und das andere ist, wie wir halt auf andere wirken und was diese Wirkung hinterlässt, sag ich mal, was für einen Parkplatz die Marke dann im Kopf bei dir einnimmt. Die kann aber auch negativ sein, oder? Absolut, absolut klar. Das sind Meinungen, die du dir bildest. Deswegen denke ich auch, dass du mit allem, was du tust, auf eine Resonanz stoßen kannst und eine Wirkung erzeugen kannst. Und darüber sollte man sich im Vorfeld vielleicht Gedanken machen, was für eine Wirkung man erzielen möchte. Es gibt ja jetzt auch das Negativbeispiel jetzt nur von mir. Es ist wirklich meine persönliche Meinung. Und liebe Hörerinnen und Hörer, es ist mit Julia auch nicht abgesprochen, was ich hier gerade sage. Deswegen, das mit Hip war jetzt spontan und das nächste wird auch spontan. Was für mich negativ ist, ist zum Beispiel Müsli mit Seitenbaron. Boah, ich kann es nicht hören. Das ist furchtbar. Aber es bleibt halt trotzdem im Schädel. Ja, wobei ich ehrlich gesagt genau aus diesem Grund das Thema auch schon mal hatte. Ich habe dazu nämlich auch recherchiert, weil mich das auch total interessiert hat, was eigentlich, sage ich mal, der Aspekt von Aufmerksamkeit. Das heißt laut sein und nerven. Und dadurch, es gibt, also in der klassischen Werbung nennt man das Penetration. Es gibt auch im Gegenspiel Impact. Impact erzeugst du halt durch emotionale Wirkung und Penetration, durch Wiederholen einer möglichst nervigen Botschaft, damit die Leute es halt irgendwann lernen. Genau, und es wurde wirklich festgestellt, dass die Wirkung dieser Werbung auf die Marke sogar auch einen negativen Einfluss hatte. Also die war zwar sehr bekannt, aber bei sehr vielen Menschen auch unbeliebt. Also auch da in dem Fall, ja, jemand hat sich hingestellt, es war ja dann der Geschäftsführer, der einfach Bock hatte, das selber einzusprechen. Nur die Wirkung war nicht durchweg positiv. Das heißt, eventuell hätte er das Budget anders eingesetzt, noch viel wirkungsvoller für die Marke einbringen können. Das fand ich ganz spannend. Da gab es nämlich eine Studie zu. Gibt es die eigentlich heute noch? Also Seitenbacher Müsli, ja, aber gibt es denn die Werbung noch? Weiß ich gar nicht. Ähm, das kann ich dir auch nicht so sagen, weil ich diese Medien, Radio und Fernsehen gar nicht mehr so häufig konsumiere. Ähm, es gibt die Werbung noch und ich kaufe in der Tat seit kurzem auch Seitenbach-Riegel vielleicht, weil diese Werbung in Vergessenheit geraten ist. Das kann natürlich sein. Jetzt habe ich sie wieder dir in den Kopf gerufen. So, Kundin weg. Was willst du machen? Ja, aber das ist halt, also du hast das positive Beispiel von der Positionierung her. Hipp, ich habe das gesehen, ich finde das immer noch, es hat so Trust-Elemente. Also du vertraust dem Produkt irgendwie, aber vielleicht auch, weil ich damit aufgewachsen bin. Dann hast du halt dieses Negativ-Beispiel, wo du jedes Mal kurz mit dem Gedanken spielst, gegen die Leitplanke zu fahren, wenn du Seitenbacher Müsli hörst im Radio. Das ist halt dann irgendwie so das andere Extrem. Aber wie baue ich denn so eine Positionierung auf? Was muss ich denn beachten, damit ich überhaupt zu einer Positionierung komme und nicht irgendwie hier so ein Wildgewächs irgendwie in der Wüste bin? Ja, also der erste Punkt ist wirklich das Thema Markt. Also an welchem Markt bewege ich mich, den erstmal klar zu haben und darüber dann die Zielgruppe halt genau zu bestimmen. Also wen möchte ich da mit meinem Angebot erreichen? Wer ist das? Worauf, was für Einstellungen, Werte, Motive? Also was treibt die Zielgruppe an? Was machen die Mitbewerber? Wie sprechen die sich die Zielgruppe an? Wie sind die positioniert? Und wenn ich, sage ich mal, diese Faktoren mir mal anschaue und beleuchte und natürlich auch meine eigenen, was ich selber mitbringe, meine eigenen Stärken und Schwächen kenne und weiß, was ich vielleicht da so reinbringen kann an Mehrwert oder Nutzenversprechen für die Zielgruppe, darüber kann ich dann meine Positionierung finden. Also das ist letztendlich ein Prozess und ein Analyseprozess, wo man sich einfach mal ein bisschen Gedanken machen muss, vielleicht auch mal mit der Zielgruppe sprechen sollte, reinhören sollte, schauen sollte, wie es andere machen. Ja, das sind so diese Aspekte, die da auf den Tisch gehören. Das ist aber dann schon so ein bisschen auch so Strategie, was man da so macht. Absolut. Marktbeobachtung, du guckst, was macht die Konkurrenz, kannst du es besser machen, kannst du es vielleicht kopieren, ne, so. Ja, habe ich jetzt nicht laut gesagt, aber, muss ich es denn anders machen, will ich es denn anders machen, wenn ja, wie mache ich es anders und mich dann quasi einmal wirklich von der Konkurrenz dann auch abheben. Also da gibt es ja verschiedene Elemente oder verschiedene auch Personen, du hast ja mittlerweile auch Personal Brands, die sich irgendwie positioniert haben. Genau, und das meistens zu einem Themenfokus, wofür steht die Person, mit der Expertise, ne, das ist das, was sehr eindrücklich hängen bleibt, wo wir dann letztendlich, also die auch bei dir im Kopf einen Packplatz bezogen haben und ich dann zum Beispiel zu dir sagen kann, okay, wäre es für dich ein Online-Marketing-Tool-Experte, Jens Polomsky. Ah, es hat geklappt, die Positionierung. Wer denn sonst? Genau, das ist einfach eine Expertenpositionierung zu einem Thema, ne, zu einem Themenfokus, zu einem Themenschwerpunkt. Das funktioniert dadurch, dass sich der Jens auch sehr konstant dieses Thema natürlich spielt, das auch sehr gut macht, da auch, glaube ich, sehr viel Zeit investiert mit den Tooltips, mit dem Newsletter und Co. Und das geht natürlich an uns nicht vorbei. Ja, klappt. Wer ist denn das Social-Media-Erdmännchen? Social-Media-Erdmännchen? Mhm. Das ist bei mir noch nicht durchgedrungen. Liebe Grüße von Bernhard Hinsken. Ah, ja, den Bernhard, also Social-Media auf jeden Fall, da ist er bei mir im Gehirn schon angekommen. Das Erdmännchen, das hat sich noch nicht ganz mal... Wegen Surikata, der hat doch da so ein kleines Erdmännchen in seinem Logo. Deswegen habe ich ihn jetzt mal Social-Media-Erdmännchen getauft. Also Bernhard, wenn du es hörst, Entschuldigung und gern geschehen. Also wenn man das noch ausbauen möchte, dann wäre natürlich die Überlegung, wie kann das Erdmännchen zum Beispiel visuell jetzt dann einfließen? Und was verbindet die Zielgruppe mit dem Erdmännchen? Also ist das Erdmännchen ein relevanter Punkt, auf den wir anspringen könnten? Oder würde das etwas sein, womit man sich einfach vielleicht auch nochmal so ein bisschen abhebt? Was anderes macht als die anderen und dadurch so eine Wiedererkennung generiert? Das könnte man dann natürlich nachverfolgen. Du hast halt auch ganz viele, auf LinkedIn gerade in der Bubble, Leute, die sich irgendwie positioniert haben. Du hast Dina Brand, der trotzige Millennial, die kennt man ja mittlerweile. Du hast Jürgen Schmidt mit Expedition Finance, den verknüpft man irgendwie mit der Deutschen Bank. Du hast Björn Rade, den verknüpft man mit Digital Marketing und auch gleichzeitig dann irgendwo mit der Deutschen Telekom oder mit T-Systems. Du hast ja einen ganzen Stall voll Leute, die sich irgendwo positionieren. Glaubst du denn, ohne jetzt da einen Namen nennen zu wollen, haben die das alle bewusst gemacht oder kann man sich auch unbewusst irgendwie positionieren? Ja, ich sag mal, das Thema trotziger Millennial, ich glaube, das ist schon durchdacht. Also da hat sich schon die Dina Gedanken gemacht zu diesem Namen und im Vorfeld ist es ja auch einfach, wofür sie steht. Also es ist ja auch sehr auf den Punkt gebracht. Ich glaube nicht, es kann natürlich sein, dass das generell vielleicht zufällig entstanden ist, aber letztendlich dadurch, wie sie es dann umgesetzt hat, also die Positionierung ist ja dann wirklich auch dieses Thema Umsetzung, um in diese Wirkung zu kommen. Ich glaube, da ist schon einfach die Kontinuität hinter, weil sonst, wenn man das nur einmal irgendwo schreibt, dann funktioniert das ja nicht, dass sich das durchdringt. Das klappt ja erst durch diese Konstanz und die erreicht in meiner Meinung nach dann, wenn du das auch fokussierst, nachgehst. Also zufällig positionieren halte ich für eher schwierig. Ob das jemand jetzt wirklich ganz zufällig mal erreicht hat, wüsste ich nicht. Kenne ich jetzt gerade kein Beispiel, ehrlich gesagt. Also ich kann dir nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich habe mich nie mit Positionierung beschäftigt, zumindest nie bewusst. Ich habe meinen Kevin allein im Marketing, naja gut, also mein Vorname ist Kevin, was hätte ich machen sollen? Also ich hatte nicht viele Optionen. Und ich weiß nicht, ob ich mich irgendwie dann unbewusst positioniert habe, aber ich schreibe dann halt auch so in den sozialen Medien oder auch in LinkedIn, natürlich schreibe ich da jetzt, würde ich nicht so schreiben wie jetzt auf Facebook oder Instagram, aber ich schreibe schon so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Kann das auch so eine Positionierung sein? Man sagt, was man denkt und gut ist. Also grundsätzlich, um festzustellen, ob und wie du positioniert bist, könntest du natürlich mal vielleicht so 20 bis 30 Menschen in deinem Netzwerk fragen, wie nimmst du mich denn wahr? Also was bleibt da hängen? Mit welchen Dingen wirst du verbunden? Ob das dann eine direkte Art ist oder mit dem Thema Podcast oder deine Ausdrucksweise, wäre das ein erstes Indiz, wie du wahrgenommen wirst und wirkst. Aber ob das dann schon eine ganz konkrete Positionierung ist, das findest du halt auch darüber raus. Das sind dann zum Beispiel, wenn alle das Gleiche sagen und sagen, ja, okay, Podcast zum Beispiel, dann könntest du schon mal sagen, okay, der erste Punkt, den ich bei anderen im Kopf gesetzt habe, ist, dass ich als Podcaster, vielleicht als Marketing-Podcaster wahrgenommen werde. So, das wäre der erste Schritt. Und dann könnte man natürlich da weitergehen, gucken, was da noch genannt wird, um darüber erstmal so festzustellen, was ist denn diese Ist-Position? Also wie ist denn meine derzeitige Wirkung bei Menschen dort draußen? Kann ich die denn dann auch, du hast gerade die Ist-Position angesprochen. Also wenn ich jetzt wirklich 20, 30 Leute frage und ich sage, hier, wie nehmt ihr mich denn wahr? Und die sagen irgendwie alle sowas wie, das ist der klar aufgestummt Gattezwerch, der da jetzt auf Hessisch babbelt und dann einen Marketing-Podcast hat, den ich zwar nicht her, aber ich finde den Namen ganz gut. Kann ich dann diese Positionierung auch ändern? Kriege ich das irgendwie geswitcht? Ja. Du kannst die Positionierung ändern, indem du dir halt dann letztendlich von dieser Ist-Positionierung aus, könntest erstmal gucken, ist das relevant, also für deine Ziele, weil letztendlich brauchst du ja ein Ziel, du musst dir ja überlegen, warum und wozu du dich positionierst. Letztendlich geht es ja meistens darum, in einem Markt, wo die Nachfrage sehr hoch ist, das eigene Angebot spezifischer hervorzuheben oder auch im derzeit herrschenden Information-Overload, sage ich mal, schneller die Informationen, die man hat, zu vermitteln. Genau, und diese Neupositionierung, oder ich sage mal, in dem Fall wäre es ja dann vielleicht, wenn du schon positioniert bist, zum Beispiel jetzt als Marketing-Podcaster, dann könntest du sagen, ist das relevant für mich? Verfolge ich damit meine Ziele? Oder welche Ziele habe ich noch? Und dann zu gucken, wer ist da die Zielgruppe? Wenn du sagen würdest, du möchtest etwas Bestimmtes verkaufen oder dich für Arbeitgeber attraktiv machen? Dann könntest du zum Beispiel gucken, Punkt 2, Arbeitgeber attraktiv machen, was ist für die relevant? Zum Beispiel, ein Podcast könnte ja ein eigenes Projekt sein, womit du deine Begeisterung zeigst. Also das wäre so ein erster Ansatz, das noch zu verstärken und dann noch zu überlegen, was ist für die noch attraktiv? Und wie kannst du das dann in deiner angestrebten Positionierung verfolgen? Also letztendlich, warum tust du, was du tust und was ist dein Ziel dahinter so ein bisschen? Und das Thema dann neu, also Umpositionierung würde dann damit einhergehen, dass wenn du dieses, sag ich mal, wie du dich positionieren möchtest, klar hast, das dann auch versuchen zu verstärken, indem du wirklich da ganz konzentriert das Thema angehst. Also sagst, was sind dann die Themen darum, die darauf einspielen? Und dass dann letztendlich auch in der Umsetzung der Maßnahmen, zum Beispiel, würde es dann vielleicht bedeuten, dass du jeden zweiten LinkedIn-Post zu diesem Thema machst oder zu dem Themenblock, dass das verstärkt wird. Oder dass du auch überlegst, wie der Jens, was brauche ich dich noch, um das glaubwürdig zu vermitteln, dass das deine Positionierung ist. Und dann quasi irgendwann mit der Zeit kriegt man das dann quasi hin, dass man diese Umpositionierung in den Köpfen der Zielgruppe dann quasi geschafft hat. Das dauert, das ist ja kein One-Shot. Das ist ja dann schon wirklich Zeit, die da ins Land geht am Ende. Das ist das Lernen, genau. Also beim Gegenüber, das ist ja ein typischer Ablauf in dem Prozess der Wahrnehmung, also Wahrnehmungspsychologie, sag ich mal. Du nimmst etwas wahr, dann verarbeitest du das im Gehirn. Entweder gibt es ja emotionale Reize, kognitive Reize oder auch einfach Aktivierungsreize. Und dann macht dein Gehirn ja dann etwas mit dieser Information. Entweder kannst du es schon verknüpfen, weil du es verstehst, oder du musst dich damit beschäftigen und dann werden neue Datenknoten gesetzt und so weiter und so fort. Und dann geht darüber dann irgendwann eine Wirkung einher. Und je nachdem, welches Mittel du benutzt, kann das auch schneller oder weniger schnell funktionieren. Also zum Beispiel Kindchenschema geht ja sehr schnell in den Kopf. Du siehst ein Baby, hast dazu eine Assoziation, hast dazu was Gelerntes, kannst es in den Kontext setzen, als wenn du irgendwas ganz Abtraktes siehst, was du zum ersten Mal siehst. Da musst du ja erstmal überlegen. Also es gibt dann so auch Wörte oder Begriffe. Also alles, was schnell verarbeitbar ist für unsere Gehirne und vielleicht anknüpft an Dinge, die schon da sind, funktionieren schneller. Ich muss mich damit auch nochmal so ein bisschen näher beschäftigen, aber dein Buch hilft mir ja dabei. Jetzt geh mal doch mal auf dein Buch so ein bisschen drauf ein, eben weil ich das so ungewöhnlich auch finde mit diesem Ringbuch, aber deswegen finde ich es auch irgendwie so geil. Warum hast du denn dieses Buch eigentlich geschrieben? Was hat dich denn dazu verleitet, so ein Buch zu schreiben? Ja, also generell war es so, dass ich, als ich mich selbstständig gemacht habe, das Thema Positionierung ist einfach eins der Themen, die mich schon seitdem ich, sage ich mal, das Ganze studiert habe, beschäftigt, weil ich einfach das faszinierend finde, wie das funktioniert und weil es einfach die Basis ist und egal, wie du dich drehst im Marketing, du kommst immer, wenn was nicht stimmt, zur Positionierung zurück, wo du letztendlich ran musst und gucken musst, was da möglich ist. Und auch die Faszination, sage ich mal, was es für Möglichkeiten gibt, auch so Marken zu positionieren über Emotionalität und Co. Genau, also das hat mich begeistert, das Thema. Und im Zuge der Selbstständigkeit habe ich dann auch verschiedene Evergreen-Seiten auf meiner Webseite erstellt, unter anderem halt auch zur Positionierung. Und weil ich das Thema SEO auch mag, habe ich mich dann auch natürlich mit Suchmaschinenoptimierung, habe ich mir, sage ich mal, meine Evergreen-Contents geschnappt und die auch kontinuierlich verbessert. Und dann war die Sichtbarkeit halt für diese Positionierungsseite recht gut über die Jahre und darüber kamen halt auch relativ viele Anfragen zu dem Thema. Vor allen Dingen auch viele von selbstständigen Gründern, Leuten, die in einem, ja, sage ich mal, Prozess sind, sich neu zu erfinden. Und das kann ich alles gar nicht bedienen. Und ja, da kam die Idee, was könnte ich denen an die Hand geben, damit die dieses Thema Positionierung selbstständig erarbeiten können. Und so ist das, die Idee zum Buch entstanden, also quasi aus einer Nachfrage heraus, die ich da entdeckt habe, die es gibt. Und so habe ich das dann, bin ich das dann angegangen. Also hast du dann quasi gesagt, ich überspitze das jetzt vielleicht ein bisschen, ich standardisiere das mal, damit das auch so ein bisschen skaliert und stelle denen zumindest mal einen Rahmen zur Verfügung, wo sie sich zumindest mal langhangeln können, aber ich stehe immer noch zur Verfügung, um das dann quasi zu erweitern. Das ist ja dann das, was da noch dahinter steht dann, oder? Ähm, jein. Also ja, das Erste, sagen wir es mal so, diesen Prozess, ob du den jetzt für einen Konzern machst oder für einen kleinen Selbstständigen, ist im Endeffekt wirklich immer der Gleiche. Du musst dich genau mit diesen Sachen beschäftigen. Dich selbst, deinen Stärken und Schwächen, dem Markt, Chancen und Risiken, Zielgruppe, Wettbewerb. So. Und letztendlich diesen Ratgeber zu schreiben, da war die größte Herausforderung, wie schreibe ich das so, dass jeder Normalsterbliche diesem Prozess, diesem Strategieprozess recht einfach folgen kann. Und es hat auch am meisten Zeit gekostet. Genau. Ob ich das jetzt mit dem Ziel gemacht habe, zu skalieren? Eher nicht, glaube ich. Weiß ich auch nicht. Ja, ich meinte eher, mit dem Skalieren meinte ich eher, dass die Anfrage, die kommt oder die Anfrage, die ja da ist, dass du die dann auch quasi bedienen kannst. Genau. Da kannst du sagen, hier für das Allgemeine, nimm dir einfach mein Buch. Ja, da steht schon alles drin, weil die Frage habe ich jetzt schon irgendwie zum fünftausendsten Mal gehört. Und ja, die ist auf Seite 38 im zweiten Absatz irgendwie beantwortet. Sowas meinte ich, mit Skalierung. Genau. Also das war das Ziel, letztendlich ein Produkt zu haben oder ein Angebot zu haben, was ich sonst nicht bedienen könnte. Also ich blätter ja auch gerade mal live so ein bisschen hier durch das Buch durch. Und auch das, was du gerade angesprochen hast, man sollte sich smarte Ziele setzen. Was sind die smarten Ziele? Du hast hier noch Wheel of Business drin. Starte die Umfrage, ist Positionierung? Das hast du auch gerade eben gesagt. Es ist auch schon so ein bisschen, man muss sich selbst auch dann mal reflektieren. Ganz am Anfang habe ich es gesehen, man muss auch mal sich vor den Spiegel stellen und muss dann halt auch mal echt die Wahrheit sagen. Ja, absolut. Weil letztendlich ist der Kern der Positionierung, muss ja aus dir oder deinem Unternehmen heraus getragen kommen. Das ist ja auch der Kern jeder Marke. Sonst wird es im Endeffekt niemals glaubwürdig oder authentisch, wenn du das nicht wirklich aus dir selbst heraus leben kannst. Und die Marken, die wirklich erfolgreich sind, haben das entweder über wirklich viel Budget und Penetration geschafft oder durch diesen viel genannten Impact, in dem sie das leben und wir das einfach auch erleben. Weil klar, zum einen kannst du über Druck vielleicht einen Kauf erzielen, aber wenn sich dann das Versprechen der Marke nicht bewahrheitet, wirst du es wahrscheinlich nicht wieder kaufen. Und ja, also du musst, glaube ich, für eine erfolgreiche Positionierung auch einfach an deinen Kern ran und gucken, wofür stehe ich? Was kann ich glaubwürdig nach außen tragen, damit das sich dann auch bewahrheitet? Und zum Schluss auch, wofür brenne ich? Weil um diese Konstanz zu erreichen in deinem Themenfokus, muss das ja auch was sein, was dich langfristig begeistert. Sonst wird es ja auch schwer. Also wenn der Jens keinen Bock auf Tools hätte und gesagt hätte, ich mach das mal, dann würde er sich ja quälen, mit jeder, mit all seinen Beziehungen zu bestätigen. Ich glaube, da wäre Jens auch gar nicht so erfolgreich und authentisch, wie er damit halt einfach ist. Also für mich ist er halt einfach der Marketing-Tool-Time-Mensch schlechthin. Und als ich mit ihm einen Podcast gemacht habe, habe ich schon gesagt, eigentlich müssten wir das Hör mal, wer da hämmert neu aufleben lassen, anstatt mit Tim Allen in der Hauptrolle, mit Jens Polomsky. Tool-Time. Tim Taylor, der Heimwerker-König, wird dann gespielt von Jens Polomsky und Al Boland ist einfach Bernhard Hinsken. Könnte ein spannender YouTube-Channel werden. Entschuldigung, aber ich stelle mir das gerade bildlich vor. Ich glaube, es ist einfach so schön, wenn ich einen Bernhard dann im Holzfällerhemd sehe. Bernhard, wenn du es hörst, nimm es mir bitte nicht übel. Aber schick mir bitte ein Bild mit dem Holzfällerhemd, wenn du es anhast. Und ich weiß genau, du wirst es tun. Also das wäre schon, ich glaube, das wäre echt genial. Aber ich habe das zum Jens schon mal gesagt und das ist für mich auch wirklich eine ganz starke Positionierung in diese Marketing-Tool-Schiene. Der Jens ist da einfach gesetzt. Du setzt dich dann, also wenn du eine Positionierung hast, kannst du dich ja wirklich in die Köpfe der Leute setzen. Und dann sind die da auch drin. Ich glaube aber dann auch, je stärker dann die Positionierung ist und je stärker dann die Bindung ist. Du hast gerade auch gesagt, wenn jemand unter Druck das Produkt kauft, weil das Unternehmen wirklich dann mal so sagt, jetzt kauf mal, kauf mal, kauf mal, kauf du Sau. Also das KDS-Prinzip anwendet, da entsteht ja auch kein, da entsteht weder Trust, noch entsteht da eine Kundenbindung, noch entsteht da eine Kundenloyalität. Und wenn du dich quasi dann so positionierst als Experte, so wie beispielsweise Jens das dann auch macht und du quasi dann Kunde wirst, da entsteht ja dann schon so ein Band. Da entsteht ja schon wirklich so diese Kundenloyalität oder diese Kundenbindung. Und das ist doch dann eigentlich auch schon so eine Stärke von einer gesunden und guten Positionierung, oder? Absolut. Absolut. Vor allen Dingen eine Stärke von einer Marke. Also dieses Markenvertrauen, die Beziehung. Letztendlich ist Marke ja auch so ein bisschen was, was menschlich wird, wo wir so eine Beziehung zu eingehen. Und vor allen Dingen in dem Fall ja auch gerade jetzt, sage ich mal, bei Lifestyle Brands sieht man das ja viel, dass sich Menschen mit der Marke identifizieren. Das heißt, die Marke wird zu einem Ausdruck ihres Lifestyles und deswegen nutzen sie die Marke, vertrauen der Marke. Und es gibt ja keine Frage, was sie kaufen, sondern das ist für sie gesetzt. Und das entsteht ja genau daraus in der Regel, dass sie sich identifizieren und dass aber auch das Erlebnis mit der Marke positiv ist. Also dass sich das bewahrheitet, was sie da fühlen. Da ist aber dann auch ganz stark dieses Community-Management dann auch was, was die Marken dann richtig gut machen. Ja. Die machen dann ein wunderbares Community-Management, dann haben sie vielleicht noch ein Tool, keine Ahnung, sind auf dem Discord-Server oder haben einen eigenen Slack-Channel oder whatever. Oder haben, ja ganz klassisch, noch eine Facebook-Gruppe. Und dann kann man da vielleicht rein und die machen ein wunderbares Community-Management, positionieren sich auch noch in Sachen, sie wollen wirklich Support richtig geil leisten. Und wenn du da drin bist, kriegst du vielleicht noch einen Rabatt und blau und blie und blubber und es werden neue Produkte oder neue Dienstleistungen mit den Kunden generiert. Community-Management ist die Extrameile und ich denke, das ist wirklich, das ist ein Hebel, was viele einfach nicht heben. Und das verstehe ich nicht. Das ist für mich immer so das absolute Ding, wo ich sage, da kann man so viel rausholen in der digitalen Welt. Gerade das Thema Netzwerken, Kommentare schreiben, nicht nur senden und sich kümmern, das ist der Mega-Hebel, glaube ich. Aus meiner Sicht, wo immer noch zu wenig investiert wird, da so diese Empathie, die Verbindung zu schaffen, da zu sein. Auch vor allem, wenn Leute mal nicht zufrieden sind. Ich meine, manche große Marken machen das ja vor, dass sie dann auch mit Humor das aufgreifen und da reagieren. Und BVG zum Beispiel, die sind ja stark da auch im Community-Management, wie sie es machen, mit Berliner Schnauze, auch die Positionierung, das passt für die Zielgruppe. Die sind schon böse, aber die sind gut. Der Berliner kann sich aber damit identifizieren, weil der Berliner das selber so ist. Also das ist halt auch der Humor, der die Zielgruppe voll trifft. Wo der Münchner vielleicht sagt, ja, was ist das denn? Ja, sorry, liebe Münchner, aber ihr versteht es einfach nicht. Also ihr könnt es nicht verstehen. Das Verständnis der Zielgruppe in dem Fall. Du verstehst die und sprichst dann auch mit denen auf einer Wellenlänge. Auch die Comedians, die positionieren sich ja auch irgendwie mit ihren Statements, die sie auf der Bühne sagen. Irgendwie positionieren sie sich ja dann doch. Also ich gucke mir momentan immer gerne, ich weiß nicht, ob du sie kennst, Lisa Eckhardt an? Nee, kenne ich nicht. Und die ist schon extremst, schicke ich dir, die ist schon extremst böse. Und sie ist eine Österreicherin aus Kitzbühel und die hat halt diverse Ansichten mit ihrem österreichischen Dialekt. Die sind schon etwas grenzwertig. Und das ist halt schon, also den Humor musst du mögen. Aber sie hat sich halt wirklich so positioniert in diesem echt grenzwertigen Humor, den ich persönlich ja mag. Aber ein anderer, der fühlt sich da, glaube ich, extrem gestört. Ja, das ist das Prinzip, du musst nicht jedem gefallen. Und anders sein schafft halt auch Marke. Also es gibt ja verschiedene Prinzipien, die man anwenden kann. True Foods ist ja auch so ein Beispiel dafür. Ich wusste es doch. Die auch einfach Provokation funktioniert halt einfach. Und in dem Fall, das ist eine andere Art der Provokation. Aber das macht was mit uns Menschen. Es geht immer darum, irgendwie uns mal wachzurütteln, eine Emotion zu schaffen. Und Humor auf jeden Fall ist ein Hebel, über den man arbeiten kann. Und was können wir von Communities, also von so Communities, Comedians lernen? Jeder hat ja so seinen Stil und auch sein Thema. Zum Beispiel der Hunde-Coach, wie heißt er nochmal? Jens Rütter, glaube ich. Jens Rütter. Füllt mittlerweile Stadien, schreibt ein Buch, macht es sehr humorvoll. Hat, glaube ich, auch TV-Sendung. Hat sich irgendwann dieses Thema, sein Herzensthema gepickt, macht es mit Humor. Also auch darüber kann man sich ja positionieren. Und das ist auch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen in die Richtung Storytelling. Humor funktioniert auf jeden Fall auch. Und klar, True Foods ist auch humorvoll, provokativ. Das ist eine Tonalität. Eine Tonalität der Marke, die wieder für den Wiedererkennungswert steht, die dir ein Schmunzeln ins Gesicht bringt und die was mit dir macht. Entweder kannst du dich damit identifizieren oder nicht. Aber zum Schluss, gerade bei so einem Produkt wie True Foods, geht es häufig auch wirklich um, sag ich mal, diesen First Moments of Truth. Du stehst vom Regal und dann nimmst du die Marke meistens, die du kennst, ohne so genau nochmal zu wissen, wieso du sie kennst. Aber du kennst sie und deswegen vertraust du dir im ersten Moment. Weil wir Menschen immer dazu neigen, eher das zu wählen, was uns vertraut ist, als irgendwas ganz Fremdes, wovon wir noch nie gehört haben. Also auch der Effekt, gerade bei so Spontankaufentscheidungen, funktioniert dann gerade ganz gut. Hab ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich werde das nächste Mal drauf achten, wenn ich einkaufen gehe. Ja, und vielleicht ist es auch einfach dein Humor, den du sagst, okay, die finde ich eigentlich auch mal ganz, ganz witzig so. True Fruits ist schon echt lustig. Ich habe mir auch die Walco-Kopfhörer gekauft. Ich habe es schon in vielen Podcasts gesagt, weil mir diese Positionierung, dieses Freche einfach so gut gefällt. A, es ist kein chinesisches, indisches USA-Unternehmen, sondern es sind Finnen, das ist schon mal das Erste. B, sie schreiben sogar auf ihrer Website, das Geld dieser Kopfhörer wird dazu genutzt, die unehelichen Kinder zu füttern und den Todesstern zu bauen. Das ist schon auch ein Humor, den man mögen muss, aber sie positionieren sich halt so und sie sagen auch wirklich, das sind die besten Kopfhörer, die du dir von deinem schmalen Gehalt kaufen kannst. Und das ist halt echt irgendwie dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es nicht, aber da muss dann halt auch einfach die Zielgruppe passen. Ja, Thema Sympathie. Also mit so einer ganz sachlichen Seite, die null Emotionen in dir auflöst. Ich weiß nicht, ob du schon mal bei Kai Kratz in einem Vortrag warst, der dir eine Webseite zeigt und sagt, was fühlst du? Leider noch nicht. Und wenn das wirklich so diese Standardseiten sind, dann sagen die Menschen, ich fühle nichts. Und wenn du nichts fühlst, wenn sich in dir nichts regt, dann wirst du das in der nächsten Sekunde vergessen haben. Also das sind diese typischen Webseiten mit Stockbildern, mit den klassischen Floskeln, die da stehen. Also alles, was in uns nichts regt, wird auch einfach dann nichts auslösen, so gesehen. Ich kann nur mal sagen, Karl, wenn du mal Lust hast, komm gerne ins virtuelle Studio. Ich hätte dich auch mal ganz gerne als Gast. Du wurdest mir schon öfters empfohlen. Können wir auch mal darüber reden. Können wir ein Live-Experiment machen. Habe ich keine Schmerzen mit. Ich will noch mal kurz beim Thema Positionierung auf was anderes hinaus. Mir ist in meiner beruflichen Laufbahn bisher immer mal wieder begegnet, dass Unternehmen eine Position nach außen hin spielen, die sie aber nach innen nicht leben. Kann das aus deiner Erfahrung heraus überhaupt funktionieren? Schwierig. Weil das Erlebnis mit den Mitarbeitern, also Beispiel ist Hotel, du sagst, nach außen hin ganz viel trägst du dabei all das, umso Kunden die glücklichsten sind, dass der Aufenthalt total schön ist und deine Mitarbeiter sind alle total unterbezahlt und frustriert und sind schon eigentlich mit einem Fuß aus der Tür. Dann wird das Erlebnis einfach kacke sein, sage ich mal so. Und das wird sich nicht bewahrheiten. Also wenn du dein Team nicht mitnimmst, dann wird es, glaube ich, sehr schwer, das zu leben. Oder ich stehe ja für Herzblut und frage mich ja auch immer, wie möchte ich das nicht nur nach außen tragen, sondern wie soll auch das Erlebnis sein? Und da gibt es für mich ganz klare Regeln, an die ich mich auch wirklich halte. Und wenn ich Mitarbeiter habe, dann wäre das für mich genauso wichtig, dass die das mittragen, diese Werte. Sonst wird das nicht stattfinden. Dann werden die Leute keine Leidenschaft oder Herzblut erleben, wenn jemand am liebsten den Stift gleich fallen lassen möchte und, ja, sage ich mal, nicht da brennt für die Sachen. Dann wird das nicht stattfinden. Deswegen, das kannst du auf ganz Kleine übersetzen, genauso wie aufs ganz Große. Das muss schon, glaube ich, ein bisschen aus dem Kern raus. Es ist ja dieses von innen raus. Ja, also man muss schon das nach innen leben, was man nach außen hin transportiert. Auch, ja. Und man muss gucken, dass man die Mitarbeiter so einstellt und auch so pflegt und begeistert, dass die das mit nach außen tragen. Also es bringt nichts, wenn du das alleine hast, wenn deine Mitarbeiter das nicht leben, dann wird das der Kunde halt nicht erleben, was du vorhast. Weil zum Schluss geht es auch immer um das, was der Kunde dann erlebt. Weil, klar, das eine ist ja Kommunikation am ersten Touchpoint, sage ich mal, zero moments of truth oder first moments of truth. Das heißt, Wahrnehmung erstmal, Aufmerksamkeit, dann Informationsprozess, dann kaufe ich. Und dann gibt es aber noch den second moments of truth. Das heißt, das ist dann das wirkliche Erlebnis. Und letztendlich der Ultimate ist dann die Empfehlung, die dann wieder vorne irgendwo ankommt. Also auch diesen ganzen Kaufentscheidungsprozess und das Kauferlebnis hat einen enormen Einfluss auf die Positionierung und die Marke. Bevor ich zu meiner Abschlussfrage komme, noch mal eine Frage. Die Abschlussfrage ist eine ganz spezielle diesmal. Okay. Aber mal eine Frage noch im Vorfeld. Was würdest du denn einem wirklich neuen Unternehmen, was jetzt zu dir kommt und sagt, Julia, hilf mir mal bitte bei der Positionierung. Was würdest du denen raten? Wie sollen die anfangen? Wie sollen die starten? Die haben ja so noch gar keine Ist-Positionierung, und die sind jetzt ganz neu, haben irgendwie ein super fancy Produkt. Was würdest du denen raten? Womit sollen die anfangen? Ja, also letztendlich klar, der gleiche Prozess, wie ich es schon vorhin beschrieben habe. Erstmal so die Hausaufgaben machen, Markt und so weiter klar haben. Ja, und dann fancy Produkt. Da würde ich ganz klar rangehen und sagen, okay, lass uns mal hier die Nutzen rausarbeiten. Also was bringt es der Zielgruppe wirklich? Und wo können wir ansetzen? Wo ist der Hebel? Und auf der anderen Seite natürlich die Zielgruppe ganz genau kennen. Und gerade als ganz neues Unternehmen habe ich vielleicht eine Chance, mich zu was zu positionieren, was die anderen noch nicht so auf dem Schirm haben. Also es gibt ja oft Trends in der Gesellschaft, Entwicklungen, die, sage ich mal, neu sind, die sich verändert haben. Und da könnte ich vielleicht auch mal ansetzen und einen ganz neuen Aspekt am Markt belegen, den, sage ich mal so, vielleicht noch meine Konkurrenz noch nicht wahrgenommen hat und noch nicht sieht. Das sieht man ja oft, sage ich mal, bei so Innovationsführern, die dann plötzlich mal checken. Man nennt es sogenannte Insights, Kunden-Insights. Das sind, ja, Punkte, die festgestellt wurden, dass sie sich neu entwickeln in der Menschheit oder in der Gesellschaft und darauf aufspringen und merken, okay, das ist jetzt hier was, wo ich in den Markt rein kann und den Markt auch ein bisschen aufrütteln kann. Und danach auch ein bisschen zu forschen und zu gucken. Beispiel zum Beispiel, warum sind zum Beispiel Schrebergärten plötzlich wieder in? Also es könnte ja sein, dass im Marktbereich Garten, über 20 Jahre war das mega out, keiner wollte das mehr und plötzlich wollen alle wieder junges, urbanes Gärtnern. Was bedeutet das vielleicht? Was gibt es da für eine Position? Wie kann ich da diesen Trend aufgreifen? Wie kann ich da irgendwas Neues daraus generieren? Weil bei den Schrebergärten, also meine Oma, mein Opa, die hatten immer einen Schrebergarten. Das war irgendwann für mich als Kind auch out. Ja. Ich wollte da nicht mehr hin. Du wolltest im Urlaub. So, dann kam Corona, durfte ja kein Mensch mehr irgendwo hin. Dann sind wir alle wieder dann doch in den Schrebergarten. Wenn du aber dann jetzt quasi eine, jetzt kommen wir sogar wieder dann zur Community, wenn du das dann hast, da dir eine Community aufbaust, weil die alle gleiche Interessen haben, wo sie sich austauschen können, Thema was weiß ich, Erdbeerpflanzen, keine Ahnung. Dann kann da doch was ganz Schönes Neues entstehen. Und wenn du dann als Betreiber dieses Schrebergartens dich dann auch noch so positionierst, nicht als Schrebergarten, sondern als Urban Lifestyle Garden, I don't know, dann kann man auch die junge Generation, glaube ich, ansprechen. Genau, also es gäbe zum Beispiel schon ganz viele Schrebergärten und du entdeckst dann Urban Gardening, darauf muss ich setzen und das als Lifestyle rüberbringen. Dann bin ich hier die Nummer eins am Markt, dann ergreifst du die Chance, obwohl du vielleicht inhaltlich auch nur ein Schrebergarten bist. Aber kannst du natürlich in der Kommunikation, in deiner Positionierung, dann verfechten. Da gibt es dann verschiedene Ansätze. Weshalb machen Menschen das? Was ist der Nutzen dahinter? Wie wollen sie sich fühlen? Da haben wir was jetzt geschaffen. Urban Gardening für die Sommersaison 2023. Gibt es schon? Oh, schade. Gibt es bestimmt schon, sage ich. Schauen wir mal. Aber für alles andere, wer es immer noch nicht weiß, wie man sich positionieren soll, gibt es, und ich muss es an der Stelle sagen, und ich sage es immer wieder, es ist keine Werbeveranstaltung und keine bezahlte Werbung, die ich hier mache. Es ist eine freiwillige Leistung. Ich habe Julia angesprochen. Ich habe Julia gefragt, ob sie in den Podcast möchte, weil ich ihr Buch geil finde, weil ich mich mit dem Thema Positionierung näher auseinandersetzen wollte. Von daher kann ich guten Gewissens dieses Buch auch nur empfehlen. Positioniere dich auf über 150 Seiten. Ein Buch zum Reinkritzeln. Ich muss mich dazu echt noch überwinden. Aber man muss sich auch selbst reflektieren und auch selbst Fragen beantworten. Du hast da so viele Fragen auch in diesem Buch, wo man sich auch echt mal hinsetzen muss, wo man sich auch echt mal Gedanken machen muss. Ich habe hier zum Beispiel die Frage, wer ist imstande, mich angemessen zu bezahlen? Wichtig. Boah. Gute Frage. Ja, ist auch ein häufiges Problem von Leuten, die sich selbstständig machen. Die haben da eine Idee, also eine Geschäftsidee, eine flinke. Aber ich sage mal, gibt es da überhaupt ein Marktpotenzial? Kann ich damit meinen Lebensunterhalt beschreiten? Und wer ist das dann, der sich das leisten kann mit meiner Idee? Also das sind so Sachen, die meisten starten Leute und machen dann Instagram-Channel oder weiß ich zu irgendeinem Thema und machen sich darüber gar keine Gedanken und dann wundern sie sich, warum keiner bucht oder kauft. Und es kann auch daran liegen, dass die Leute sich das nicht leisten können oder nicht leisten wollen oder du einfach gar nicht genau klärst, was der Nutzen dahinter ist. Ja, man muss sich halt da im Klaren sein. Also du hast es geschrieben unter 2.2.1, als mein Idealkunde. Hast du wirklich die Frage rein, wer ist imstande, mich angemessen zu bezahlen? Wir haben, wer braucht überhaupt meine Hilfe? Wer wertschätzt meine Arbeit besonders? Beziehungsweise, wer würde meine Arbeit wertschätzen und warum? Also es sind echt Fragen. Und wenn ich da auch nochmal ein bisschen weiter gehe, was möchte ich meinen Kunden versprechen? Was macht mir am meisten Spaß? Wobei verspüre ich die größte Freude. Das sind echt Fragen, wo man auch mal in sich hineinhorchen muss und wirklich sich auch mal dann die Frage stellen muss, was will ich überhaupt und wie will ich es überhaupt und wem biete ich es überhaupt an? Auf gut Deutsch, wer will ich und was mache ich eigentlich? Das ist schon, da steckt sehr viel Arbeit dahinter. Wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Das Buch ist nicht einfach mal so zum Reinkritzeln, sondern wirklich zum auch Gedanken machen. Was schätzt du, wie lange wird es dauern, um dieses Buch richtig durchzugehen? Hast du da irgendwie eine Hausnummer im Kopf? Also ich habe jetzt schon ein erstes Feedback, dass Leute das wirklich auch schon, sag ich mal, über die Weihnachts-Neujahrszeit in den Ferien durchgearbeitet haben, also so zwei bis drei Wochen, war so jetzt immer ein Zeitpunkt, wo Leute das komplett durchgearbeitet haben für sich. Die waren aber vielleicht auch schon, sag ich mal, noch nicht ganz am Anfang. Also ich glaube, wenn man jetzt bei ganz Null loslegt und sich noch gar keine Gedanken macht, braucht man vielleicht ein bisschen länger. Natürlich ist auch noch mal ein Individuum, wie man arbeitet. Aber ich glaube, ein Tipp wäre so konstanter am Ball zu bleiben, sich das wirklich einzuplanen. Ich mache das jetzt, ziehe das durch und das nicht dann vier Monate liegen lassen, weil dann ist man wieder raus, sondern eher zu gucken, dass man das so Stück für Stück täglich ein, zwei Stündchen da dran mal vielleicht sich hinsetzt und daran arbeitet, wenn man dann da zu einem Ergebnis kommen möchte. Und dann gibt es ja noch das Poster dabei mit dem Canvas, wo du die Ergebnisse einträgst. Dann siehst du auch, wie schnell du warst. Ja, und es ist auch wichtig, glaube ich, dass man es aufschreibt. Nicht nur sich vor den Spiegel stellen und irgendwie sich da einen vorhusten, sondern es ist, glaube ich, auch wichtig, dass es irgendwo auf Papier steht und dass man auch schreibt. Ich glaube aber auch, es ist wichtig, es nicht am Rechner zu machen, sondern wirklich mit der Hand zu schreiben, weil es nochmal was anderes ist. Ja, genau. Das war auch so ein Punkt. Gibt es das auch digital, das Buch? Habe ich echt mir auch Gedanken drüber gemacht, weil Leute mich danach gefragt haben. Aber ich, ja, vielleicht ist es unsere Generation, die Stift-Generation, dieses Mal, obwohl es ja echt dann undigital ist und ich für Digitalisierung stehe, da war ich absolut dabei, das muss irgendwie im Papier stattfinden, weil du dann die Ruhe hast und fokussiert und konzentriert, ohne Ablenkung, auf das Papier guckst und daran arbeitest. Richtig, das ist etwas anderes. Also, ich bin ja auch für Digitalisierung und ich habe alles irgendwie digitalisiert. Meine ganze Wohnung besteht aus Smart Home, irgendwas, ja. Ich mache das Licht an und aus, ich mache Steckdosen an und aus, meinen Rechner an und aus, etc. Ich muss einfach nur meiner netten Hausdame, den Namen darf ich jetzt nicht sagen, sonst springt hier alles an, den gebe ich dem Befehl und dann geht hier das. Aber ein Buch habe ich immer noch analog. Ich kann mit den digitalen Dingern nichts anfangen. Kann ich nicht. Und ich glaube, es hat was, wenn du mit der Hand schreibst, dann wiederholst du deine Gedanken und dadurch hat es einen anderen Effekt. Also, du legst dich auch mehr fest. Es geht doch um das Thema Commitment. Wie du sagst, dir fällt es schwer, da reinzuschreiben. Du musst dann mehr ein Commitment mit abgeben, mit diesem Positionierungsstatement zum Beispiel. Oder mit deinen Zielen. Du musst dich festlegen. Ja. Das soll auch so sein. Und das ist deswegen Thema Unterschrift und so. Also, wirklich, das sind so ganz unbewusste Dinge. Wenn wir das mit der Hand und einem Stift machen, hat es immer diesen Aspekt von, ich gebe ein Commitment ab. Ich vereinbare etwas mit mir. Wenn man es mit einem Kugelschreiber macht, den du nicht einfach weggradieren kannst. Dann ist es noch mehr gesetzt, auf jeden Fall. Also, das ist schon, ja, das ist ein Unterschied. Julia, kommen wir mal zur Abschlussfrage an der Stelle. Was hat das denn mit Don't work with assholes auf sich, was auch bei dir, im Buch auf Seite 61 auf einer gezeichneten Klopapierrolle steht? Ja, also, ganz klares Statement von mir, auch sicker. Das ist auch wieder meine Haltung. Ich will meine Zeit mit guten Menschen verbringen und mein Herz wird in schöne Projekte fließen lassen. Und deswegen arbeite ich nicht mit Arschlöchern und empfehle auch anderen Menschen dieses Don't work with assholes. Es ist unsere Lebenszeit. Es ist unsere gute Energie, die wir reingeben. Ja, ich musste das übrigens schon mal abhängen in einem Kunden, in einem Kundenpitch. War ganz lustig, war ich, darf ich jetzt vielleicht noch kurz als kleines Selbstverständlich. aus dem Nähkästchen plaudern, wenn so viel Zeit noch ist. Genau, ich habe für eine Agentur gearbeitet, Namen werden nicht genannt und die haben mich quasi hinzugekauft als Experten und als es dann kurz vor der Präsentation kam, hat dann der Agenturinhaber mich gebeten, das Poster abzuhängen, weil der Kunde das nicht ertragen könnte. Wahrscheinlich, wenn das da steht. Ich kannte den Kunden auch vorher noch nicht, habe das dann auch echt abgehangen, war nett von mir. Ja, und es hat sich dann doch bewahrheitet, warum ich das abhänge. Oh mein Gott. Also es ist schon so eine Positionierung aber auch, ne? Ja, aber ich muss sagen, klar, das ist auch so ein bisschen, es hängt ja hinten im Videocall auch, das twiggert vielleicht den einen oder anderen. Ist auch ganz lustig, die Reaktion, ich will damit vielleicht auch so eine kleine Reaktion hervorrufen, aber die meisten sagen, finden das echt lustig oder fragen, wo hast du das, ich will das auch. Beziehungsweise, ich sage dann immer, ja, ich arbeite ja mit dir, von daher stimmt das nicht auch nichts. Ich arbeite von daher. Ich hatte das auch mal für ein Jahr abgehangen und da hing dann so ein shiny, shiny anderes Ding, so ein bisschen so positive vibes mäßig. Aber irgendwie muss ich das dann wieder aufhängen. Das hat sich dann nicht so, also das war auch schön, aber das gehört einfach zu mir. Und das ist mir auch echt wichtig. Ich gucke da auch genau hin. Also liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt es ja nicht sehen. Es ist bei Julia im Hintergrund, hat sie ein Poster aufgehängt, Don't work with assholes. Das ist sehr, sehr geil. Ich finde es geil. Ich würde es eigentlich auch aufhängen, wenn ich hinter mir einfach eine Wand hätte, aber hinter mir ist einfach der Esstisch. Man sieht es halt einfach nicht, weil wir sind hier in einem Podcast. Aber wenn ihr es sehen wollt, ruft Julia einfach mal an oder auf Seite 61 im Buch ist es auch noch da. Ich finde es einfach nur knaller. Und Sticker, glaube ich, gibt es auch noch. Ja. Die habe ich auch. Sticker gibt es auch. Da ist es auch drauf. Da kann es dann jeder benutzen. Die habe ich auch. Da ist es überall in verschiedenen Variationen. Ja, wer möchte, kann mich auch anschreiben, dem schicke ich ein Sticker-Shit dann so zu. Ein Sticker-Shit ist auch schön. Sticker-Shit for free. Cheat, wollte ich sagen. Zu Don't work with assholes, ein Sticker-Shit ist auch geil. Immer diese Anglizismen. Immer diese Anglizismen. Nein, aber es ist einfach mega. Auch diese Sticker sind geil. Also da kann ich wirklich so sagen, ganz klare Kaufempfehlung. Du sag mal, dein Buch war ja zeitweise dann auch mal, glaube ich, ausverkauft, oder die erste Auflage war weg? Ja. Ist jetzt zweite Auflage da, oder ist auch schon fott? Zweite Auflage läuft. Mittlerweile auch auf Amazon, wobei es da immer noch leider falsch gelistet ist. Das ist echt schwer, das zu ändern. Da hat sich Amazon die Daten nicht so ganz sauber vom VLD gezogen. Sehr ärgerlich. Naja gut, ich kämpfe noch damit. Genau. Und ansonsten über meine Webseite und dem bösen Zahlungsanbieter CoopCard. Ich habe schon überlegt, ob ich wechsle. Scheiße. Aber Digistore ist auch nicht besser. Also ich weiß jetzt, Wollte ich auch sagen. Die Alternativen, ich sehe die Alternativen nicht. Dann denke ich mir mal, okay. Es ist nochmal so ein ganz anderes Thema, glaube ich. Aber ich habe es natürlich auch gesehen. Mal ein kurzer Schwenk am Ende mit Jan Böhmermann. Also diese ganzen, ja, Coaches ist für mich, glaube ich, zu viel gesagt. Die haben sich halt irgendwie auf CoopCard verschworen. Ja, wobei du findest die doch auch auf Digistore. Ja, natürlich findest du die, glaube ich, auch auf Digistore. Am Ende ist doch CoopCard und Digistore. Es sind doch nur die Anbieter, die quasi dir diese Zahlungsabwicklung machen. Ich meine, ja, okay, da gibt es vielleicht dieses CoopCard-Creator-Schlachmisch-Tot-Event da. Das wusste ich gar nicht. Das wusste ich auch nicht. Und da ist der Geschäftsführer vielleicht auch so ein bisschen, keine Ahnung, Scheiße, jetzt muss ich doch wechseln. Passt nicht zu meinen Apprent. Eine etwas zwielichtige Gestalt, der Typ. Aber am Ende ist doch die Plattform nur so eine Middleware oder so ein Zahlungsabwickler. Was kann die denn dafür, wenn die ganzen Coaches da Schneeckersystem betreiben? Ja, gut, das gehört natürlich ein anderes, ja, das ist natürlich noch deren Markenfrage, wie die sich positionieren wollen, und mit was die in Verbindung gebracht werden möchten. Inwieweit die jetzt, ja, ob das jetzt die Riesentatsche ist, weiß ich auch nicht. Zum Schluss sind ja immer Bad News, Good News, sagt man ja so, Aufmerksamkeit und Co. Ich habe das echt in der Tat gewählt, obwohl ich dieses SUE-Umfeld habe ich natürlich wahrgenommen. Aber ich habe zu den anderen Anbietern auch keinen wesentlichen Unterschied gesehen. Ich habe das gewählt, weil die User Experience mit dem Tool einfach am geilsten ist. Und ich wollte für meinen User quasi einen schönen Checkout schaffen, wollte aber für ein einziges Buch nicht einen kompletten WordPress-Shop aufsetzen, plus Zahlungsabwicklung, weil das einfach auch, das war für mich die beste Lösung. Jetzt überlege ich ja wirklich, ob ich das nochmal wechsle. Ja, mal gucken. Aber ich kann dir sagen, Andererseits darfst du dann auch Facebook, du darfst eigentlich gar nicht mehr benutzen, weil die Coaches nutzen auch LinkedIn-Ads und Facebook-Ads, Meta-Apps nutzen YouTube. Also wo dürfen wir dann noch sein? Die nutzen das Internet. Also klar. Ja, eben. Und LinkedIn macht auch kein Riegel vor. Also alle, die da jetzt kritisieren, also habe ich jetzt zum Beispiel auf LinkedIn dann gelesen, ja, hier böses Coop-Card und so und wer das benutzt und so. Aber andererseits, sie schreiben auf LinkedIn und LinkedIn nutzen diese, also LinkedIn toleriert es ja auch, dass so Ads da laufen. Vielleicht nicht so brutal wie auf YouTube, aber es gibt ja auch da Ads zu oder Content zu diesen Coaches. Also vielleicht nicht so exorbitant, aber denen wird ja jetzt auch da ja, noch kein Riegel vorgesetzt. Das wäre vielleicht ein grundethisches Thema, was man darf und nicht und inwieweit das Internet wilder Westen ist oder es halt Zensur gibt. Keine Ahnung. Aber ich muss dir sagen, der Checkout-Prozess bei dir, bei CoopCard, wo ich ja dein Buch bestellt habe, war besser, freundlicher als Digistore, wo ich mal ein anderes Buch bestellt hatte. Genau, deswegen habe ich es auch gewählt, weil Digistore finde ich echt so, ich sage es jetzt mal ganz böse, in den 90er Jahre gab es noch gar kein Internet, aber es wirkt so ein bisschen olle. Es ist nicht so ein schöner Out-Checkout. Ja, das ist nicht so User-Experience-freundlich. Also da ist CoopCard schon besser und muss man es mal gucken. Speckend ist auch echt schön. Sehr aufgeräumt, sehr übersichtlich. Also es funktioniert wirklich super, muss ich sagen. Ich habe auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, irgendwie vielleicht mal so ein bezahltes Webinar oder so zu machen. Habe ich nur mal so kurzfristig mal damit gespielt und habe mich auch mal mit CoopCard und mit Digistore24 beschäftigt und wollte eigentlich auch auf CoopCard gehen, weil mir es einfach besser gefallen hat. Ja, also Elo-Page. Von der Aufmachung her von der Experian. Elo-Page war auch noch was, aber da kannst du keine physischen Produkte. Das war ja auch noch ein Grund. Also nicht jeder von diesen Zahlungsanbietern ermöglicht es dir, auch physische Produkte zu verkaufen. Genau, die meisten machen nur digitale Produkte. Genau, weil bei einem physischen Produkt gibt es zum Beispiel auch dieses Widerrufsrecht oder Rückgaberecht, ein ganz normales, was, also du kannst das Buch halt 14 Tage zurückgeben. Ja, das ist halt für ein Absatzgeschäft. Genau, also die halten sich schon an, die Regeln. Und klar, das ist ein bisschen schade, dass es da so zwielichtige Leute gibt, die das dann jetzt vielleicht fremd nutzen und vielleicht es auch noch gefördert wird durch, kann ich jetzt nicht beurteilen, durch den Geschäftsführer und Co., dass die diese Erfolgscoaches pushen. Deswegen, das ist für mich natürlich gerade noch so eine Überlegung oder eine Frage. Was würdest du machen? Würdest du wechseln oder nicht? Boah. Also, wenn sich das bewahrheiten sollte, dass die die wirklich fördern und du hast ja so dieses, keine Ahnung, CopCard, Creator, Event, Schlag mich tot und sie feiern sich da und heben sich alle in den Himmel. Wer hat das geilste Schneeballsystem? Glaub ich, würde ich wechseln. Ja, ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt. Ich weiß aber, um ehrlich zu sein, auch nicht, ob dann Digistore24 nicht das Digistore-Digital-Event da aufruft, wo dann auch der Geistesstecher im Karpfenteich dann da irgendwas macht. Also, ich weiß es nicht. Das ist schon, jetzt ist es echt schwierig, ja. Aber, na ja. Ja, zur Not halt doch den eigenen Shop mit. Aber das ist auch echt aufwendig, den wieder datenschutzrechtlich und sicher, ne, plus. Und du hast ja Rechnung, Mahnung, genau. Das soll ja auch noch automatisiert sein. Also, das ist auch nicht ohne, das aufzusetzen. Für ein Buch dann vor allen Dingen. Ich will ja gar keinen Riesen-Shop. Deswegen war das ja eigentlich so eine super Lösung für mich. Naja, wir schauen mal. Wir schauen mal. Dann schließen wir aber erst mal diese Podcast-Folge und ich sage, Julia, vielen lieben Dank, dass du mit mir heute über die Positionierung und auch über dein Buch gesprochen hast. Danke, danke, danke. Vielen Dank für die Einladung. Hat super Spaß gemacht. Immer gerne. Und es soll auch nicht die erste und letzte Podcast-Folge bleiben. Also, wenn es nach mir geht, ne, du bist immer wieder herzlich eingeladen. Juhu. An meine Hörerinnen und Hörer. Wie steht ihr denn zu dem Thema Positionierung? Habt ihr euch schon positioniert? Wollt ihr eure Positionierung wechseln? Oder habt ihr vielleicht schon mal das Buch von Julia in der Hand gehabt? Lasst mir doch mal gern einen Kommentar dazu da. oder generell ein Kommentar oder ein Like auf LinkedIn oder Podcast.de oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail unter Kevin at KevinAleineMarketing.de Das war's für heute. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Wenn dir mein Podcast gefällt, lass mir gern ein Like oder ein Kommentar auf LinkedIn oder Podcast.de da. Oder eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Schreibt mir auch gern eine Mail unter Kevin at KevinAleineMarketing.de